Simon Laber, Simon Laber! R-E-W-R-N-S-I-D-E-T Moin ihr Zerbeerster und Zerbeersterinnen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Dice. Und der große Kampf steht kurz bevor, mit dabei wieder der Revi, Sander und Unge. Hallo, hallo, hallo. Ey Jungs, wir könnten unseren Geheimgang in die Burg benutzen. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Weglaufen, wir brauchen Simons. Wir brauchen Essen. Ich bin grad vor unserer Burg quasi, da wo unser Staat vorne ist. Soll ich den Geheimgang in die Burg benutzen? Soll ich in die Burg gehen? Nein, 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 nein. Gib mir Essen, Simon, gib mir Essen. Ja, hier, komm her. Ich brauch auch noch Essen, wenn's geht. Die wissen wahrscheinlich, wo der Cube ist. Ja, Revi soll mich jetzt heilen. Ich hab richtig krasse Sachen. Ey, wo sind die? Wo sind die? Ich brauch noch Rüstung. Hat jemand Rüstung oder sowas? Äh, in unserer Burg. Ich hab's ja das Beste gegeben. In unserer Burg. Okay, 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 alles gut. Ich brauch nur noch Essen. Warte mal, ey, die wissen aber, wo unser Cube vielleicht ist. Ja, ja, genau. Jetzt können die den jederzeit holen, wenn die wollen. Genau, deswegen sollten wir da hin. Da, die sind da. Komm, 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 komm. Die suchen wir. Die suchen wir. Die suchen wir. Ich brauch Essen. Ich brauch Essen. Ich brauch mir einer Essen. Komm, man hat irgendeinen Trank, jeder. Passt auf. Vorsicht, der Trank. Weglaufen, weglaufen. Weglaufen, zurück, zurück, zurück. Zurück, wir dürfen nicht von unten die ganze Zeit uns beschießen lassen. Zurück, 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 zurück. Rück, zurück, 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 zurück. Komm, wir kommen mit dem Trank, komm, wir kommen mit dem Trank. Ah, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Der hat den Trank gebrochen. Idiot, hat nicht getroffen. Da neben sie. Alter, ohne Scheiß. Nice, nice, nice. Halbes Leben, halbes Leben. Haut Ben weg, dann weg. Ich hab kein Essen. Ich hab kein Essen, ich kann nix machen. Simon Laber, Simon Laber. Nein, das konnte ich nicht machen, weil alle von uns waren. Ich brenne, ich bin weggelaufen. Ich hab keine Waffe. Banks hat mich angegriffen, Banks hat mich getötet. Ich hab keine Waffe. Der tötet die ganze Zeit, der tötet die ganze Zeit. Ja, Mann, der weg, der... Fuck! Scheiß drauf, scheiß drauf. Greif die immer wieder an. Oh, oh, ich hab richtig Schaden bekommen, ich hab richtig... Lava, 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 Lava bei Sturmwaffe, Lava bei Sturmwaffe reinsetzen. Die haben Lava auf unseren Spawn gesetzt. Die haben Lava auf unseren Spawn gesetzt. Ich nehm's runter da. Ey, das ist voll übertrieben jetzt. Das darf man nicht, das darf man nicht. Die Lava ist vorbei. Ich hab sie weggemacht. Ich hab's weggemacht. Ich hab den mit Lowground den Gommer erwischt. Oh, da ist Gommer drin. Ich hab den, ja, ich hab den getötet. Gomm ist raus. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Okay, geht weiter. Kev kommt, Kev kommt. Ey, ohne Scheiß. Die dürfen nur nicht... Oh, der hinterlässt ihn weg. Oh, der hinterlässt ihn weg. Nimm die, ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert. Weg, weg, weg. Hier hinter dem Baum liegt alles. Okay, hier hinter dem Baum liegt alles. Becks läuft weg. Alle auf Banks. Los, los, los. Der kommt hier nicht weg. Der kommt hier nicht weg. Wo ist er weg? Da ist er weg. Wo ist fucking Sturmwaffel? Nice, nice, nice. Ich suche jetzt, ob da Diamantschuhe sind, dann bin ich voll dir. Okay, ich hab mega viel Stuff. Komm zum Spawn. Komm zum Spawn. Hey, warte mal, wo ist Sturmwaffel? Nicht, wenn er in unser Cube genommen hat. Hat der nicht, der ist platziert. Warte mal, hier liegen noch richtig gute Sachen rum. Komm mal her. Ich tu Stuff in die Kisten rein. Oh, Leute, Alter. Ja, full Dia verzaubert jetzt. Sehr gut, ich brauche auch noch einen Dia-Schuh, bitte. Warte mal. Hier in der Kiste, guck mal hier in die Kiste rein. Am Spawn? Ja. Ich komme. Bitte lass mir nur Dia-Schuh, das wäre ich happy. Ich glaube, hier sind gar keine mehr. Ihr Schweinehunde, Alter. Alles weggegeiert. Dreck. Ich hab gar nichts aus Dia, guck mal, Alter. Ich hab... Ey, Jungs, ihr wisst schon, dass die aus dem Projekt raus sind, die wir getötet haben, ne? Ja, ja, die sind gekickt. Eins wird Schärfe 3. Leute, ich hab nichts an Zeug. Guck mal, ich hab nicht 150 Rüstung, Mann. Ich brauche Essen. Ihr seid alle full Dia, ich hab gar nichts. Warte, in der Kiste liegt noch mega viel Stuff drin, Digga. Ich hab auch noch voll viel im Inventar. Und zwar haben wir auch einiges. Snack dir erstmal das, was du brauchst. Und dann, was hast du noch? Helm? Helm hab ich selber nicht. Helm brauch ich. Helm hab ich selber nicht. Okay. Leute. Hier sauer den Müll rein. Oh mein Gott. Alter, dass wir das... Wir wissen, dass wir gerade hier das Winner-Team sind. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das Ding ist halt einfach. Jaja, aber die anderen Teams sind alle zerstört. Wir sind das einzige Team, was noch komplett ist. Das meine ich damit. Alter, unser Cube ist echt gut versteckt gewesen. Muss man schon zugeben. Ja, mit meiner Höhle, ne? Ja, war schon gut, Kevin. Und am Anfang haben alle nur gesagt, ey. Und am Anfang dachten wir so... Am Anfang dachten wir so... Ja, treu, die haben's gefunden. Die haben's gefunden. Ne Kevin-Idee. Die haben's gefunden. Das war echt übel, ey. Das war richtig übel. Da hab ich auch gedacht, jetzt... Ja, ich find's schade, dass die den Bug gemischt haben. Also, weil sonst hätten wir jetzt alles so im Flow gehabt. Aber hat ja trotzdem alles geklappt. Ah, wo ist Sturmwaffe? Der lebt noch. Der ist weggelaufen. Aber die haben keine Base mehr. Ich hab in der Base alles zerstört. Okay, also hier die Kiste ist komplett voll mit Iron Stuff. Alles verzaubert. Sucht euch da raus, was ihr braucht. Vielleicht sind da Sachen drin, die so richtig OP sind. Ich weiß es nicht. Das einzige, was Sturmwaffe jetzt machen kann, ist quasi unseren Cube abbauen, oder? Ey, Simon, du brauchst Diaschuhe, ne? Ja. Komm mal her, ich hab vier Diamanten. Och, mega geil. Ich brate eben fürs Essen. Warte, zack. Nice. Liegen direkt neben dir. Ich hab auch direkt einen Verzauberungstisch hier am Start. Guck mal, ich hab mich zwei Verzauberungstische. Direkt einfach mal von denen gegönnt. Äh, hast du zu viel... Hat jemand zu viel Lapis dabei? Ja, hier hast du auch noch drei Lapis. Halt's auf. Ich hab von denen alles weggenommen. Nimm dir alles weg. Leute, wir müssen jetzt gucken, aufpassen, dass die nicht unseren... Ne, nicht die, sondern Sturmwaffe. Die anderen beiden sind erstmal nebensechtig. Die wissen nicht, was abgeht. Die sind wahrscheinlich... Mega gut. Die anderen beiden können wir einfach an der Überzahl vernichten. Das vernichten. Aber das Problem ist halt, Sturmwaffe... Wenn der unseren Cube abbaut und in ihre Waze läuft... Kevin, du kriegst auch noch einen Eimer. Ja, ich hab schon genügend. Ja, ich snack mir erstmal die Lava hier wieder weg. Also, ich hab... Essen... Gut, dass ich Essen gesammelt hab und es euch gegeben hab. Ich hab aber kaum noch Essen essen. Wir müssen jetzt weiter Essen sammeln. Voll geil. Essen sammeln. Ich steh da richtig drauf. Hey, nochmal. Sturmwaffe kann unseren Cube noch abbauen, Leute. Doch, Kevin. Achso, du hast den Lava hier. Ey, hör dir mir nicht zu. Was denn? Sturmwaffe kann immer noch hier irgendwo sein und unseren Cube abbauen wollen. Ich weiß. Ich weiß. Der kann nur auf ne geeignete Möglichkeit warten. Deswegen renne ich ja gerade hier schon rum und guck, ob hier irgendwas ist. Wenn ihr so rumlauft, dann guckt ihr mal so in alle möglichen Richtungen, ne? Warte mal, ich hab hier noch ne Kiste. Ich glaub, die haben wir noch nicht. Doch, die ist auch leer. Oh mein Gott, ey. Das ist nicht wahr, ey. Das Ding ist, wenn er sich jetzt halt da dran baut einfach. Unterirdig. Dann... Ja, wir müssen den finden. Das ist nämlich das Ding. Das Problem, was die... Oder das, was die falsch gemacht haben. Die wollten uns töten. Aber das ist Schwachsinn. Weil, was bringt denn das, wenn die uns töten? Ja, ja. Die müssen uns erst den Cube wegnehmen. Erst mal ist es effektiv. War ich schon, Simon. Ist alles gut. Also, ich mein, da passiert da nichts. Deswegen war es zehnmal wichtiger, den Cube zu finden. Cube, deswegen heißt es ja auch Minecraft Dice. Man muss den Würfel finden, Leute. Kann ich den Würfel auch abbauen? Den eigenen? Den Würfel zum Sieg. Wirst lieber nicht. Okay. Was machen wir jetzt noch? Wir haben Cardscrafter, Spark of Felix und Dadcheap. Die sind noch in einem Team. Ich sehe Sturmi, ich sehe Sturmi. Wo? Was? Hä? Hast du ihn gekillt? Ja. What? Nice, Junge. Ich hab ihn getötet jetzt. Oh mein Gott. Mit meinem Schwert hast du ihn getötet. Wreckt. Wreckt, Junge. Nice one. Geil ist der. Aber ich glaube, Sturmi wusste, dass er keine Chance hat. Was will der denn auch machen? Der hat auch gar kein Equipment mehr und so. Ja, weil Simon alles in der Base kaputt gemacht hat. Ey, ich hab ne verzauberte Dia-Hose bekommen von ihm noch. Oh, nice. Ja, geil. Das einzige, was wir nicht haben, sind verzauberte Dia-Helme. So, was machen wir jetzt mit den anderen? Ja, die müssen wir suchen. Das Problem ist nur, ich kann mir vorstellen, dass die einfach hingegangen sind und die Zeit jetzt genutzt haben. Spark of Phoenix-Taktik. Und sich übertrieben hochgefarmt haben. Und sich übertrieben hochgefarmt haben. Wir haben auch ein Ultra-OP-Equip. Genau. Okay, was machen wir? Sollen wir die jagen? Ey, wartet mal. Nicht, wenn die nur. Es könnte sein. Stell dir mal vor, die haben wir jetzt die ganze Zeit beobachtet. Und warten nur, bis wir die suchen gehen. Und verstören dann unseren Cube. Das wäre ein Spark of Phoenix-Move. Das ist so typisch. Gleich bei euch. So acht Folgen später. Oh ja, Dias. Sucht Essen, Leute. Macht voll, was ihr sucht Essen. Das ist das Sinnvollste, was ihr machen könnt. So, warte mal. Revi, hast du... Warte mal, du. Das Schwert. Ich möchte mal ein Rekt wieder haben. Sucht alles an Essen, was ihr finden könnt. Hier hast du erstmal einen Dia-Helm. Danke. Alles an Essen, was ihr finden könnt. Ich bin jetzt richtig behindert und ich fahre mir jetzt Blätter... Apfel! Geil! Nice. Ich fahre mir jetzt Blätter, damit wir uns alle einen goldenen Apfel machen können. Hat jemand noch von euch Essen? Ne. Hey. Simon sagt gerade die ganze Zeit, lass Essen fahren, lass Essen fahren. Ja, ich sammle gerade Essen. Ich geh auch mal raus. Oh shit. Ich hab ganz viele Tiere gefunden, ganz viele Tiere hab ich gefunden. Oh mein Gott, ey. Ich verbrenne die immer beim Fahrzeug. Nochmal, ich könnte mir halt echt vorstellen, Mann, dass die uns halt einfach beobachtet haben und sich jetzt gleich einfach zu unseren Dings necken. Nein, die sind unter der Erde und zu fahren. Aber die haben auch keinen Cube mehr, ne? Der ist von denen zerstört. Ach, der ist zerstört. Die sind im End, die müssen auch den Enderdrachen besiegen. Das wäre so krass. Das gleich steht da wirklich so, Enderdrache wurde besiegt. Sparger Phoenix hat den Enderdrachen getündet mit Level 30 Is Schwert. Die haben eine alternative Route gefunden zu gewinnen. Also, man kann ja sagen, was man will. Es ist halt einfach eine Art der Taktik. Ja, es ist halt Sparks Taktik und das finde ich voll okay, wenn man halt definitiv spielt. Klar, vielen Dank. Es ist bei Sparks auch manchmal unberechtigt gewesen, dass da Leute zum Beispiel gehatet haben. Weil er hat Varro zum Beispiel immer gespielt, wie man das halt auch wirklich, wenn man leben würde, spielen würde. Also, wenn man als echter Mensch einfach überleben. Und deswegen, ich finde, dass solange man sich an die Spielregeln hält, kann man ruhig so definitiv spielen, man möchte. Finde ich auch, ohne Scheiß. Das ist ja wie im Sport, sag ich mal. Im Sport gibt's auch Fußballvereine, die spielen aggressiv. Es gibt Vereine, die spielen defensiv. Genau. Die halt die stärken und Sparks weiß einfach, dass er kein guter PvPler ist. Der hat das ausgespielt, wie er es kann. Aber er hat dafür kennt er einfach aus. Ja, definitiv. Und mit genug Zeit hat er halt die Möglichkeit, viel zu kriegen. Und deswegen finde ich voll okay. Also, hatet bitte nicht irgendwie russrum, nur weil Sparks sich ein bisschen mehr Zeit lässt oder sowas. Also, das finde ich, das fände ich natürlich doof, wenn man dann rumhaten würde wegen sowas. Hä, was ist das denn hier? Hä, warum sind denn hier Dingens geplaced? Äh, Hacken. What? Hier sind Hacken geplaced. Also einfach Blätter gefarmten, also Blattblöcke und dann da hingesetzt. Ja, schöner Leben. Ja. Ah, Tine Wittler war hier. Richtig, genau. Können wir Feuerzeuge farmen? Also Gravel-Farm? Wir farmen Feuerzeuge. Ich geh kurz zu unserem Feuerzeug farmen. Hat irgendjemand von euch Äpfel noch? Ich hab jetzt erst einen einzigen, ey. Ich hab schon mega viele Bäume abgefeuert. Ich sag mir grad richtig viel Essen, ich sag mir richtig viel Essen. In dieser Folge haben wir ein Team gequält, deswegen suche ich jetzt nicht das nächste Team, sondern vor allem erstmal Essen. Ne, Simon, das ist scheiße. Wieso gehst du da jetzt nicht drauf? Wieso greifst du da nicht an, Simon? Das ist scheiße. Essen, essen, essen. Alter, ohne Scheiß, diese Folge war schon wieder so ultrageil. Von dass Kevin einfach noch Sturmwaffe gefunden hat, war richtig nice. Ja, richtig krass. Und das wäre halt wirklich die einzige Gefahr für uns gewesen noch. Ja, ey. Wer baut von euch da oben so eine riesen Kacke über unsere... Baut ihr das? Was? Baut da oben so jemand so einen riesen Turm über unsere Dings drüber? Nein. Was ist das? Dann sind das die anderen. Die kommen von oben. Ja, Mann. Der hat doch gleich gesagt bei euch. Kein Scheiß. Die bauen sich oben drüber. Kommt mal zu mir. Kommt zu unserem LSU. Ja, ich hab ganz viel Essen gesammelt. Aber dann denken die das ja bei uns in der Basis noch ist. Dann denken die das in der Burg. Voll gut. Voll gut. Nein, die bauen sich da genau an der Ecke bauen sich rüber. Das ist ganz komisch. Hä? Ich schieße mit Pfeilen runter an der Feierabend. Feierabend jetzt. Ja, das ist ja das Ding. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Der ist in dem Turm hier. Auf dem Hügel. Ja. Ja. Wer ist hier? Oh, hier sind Hexen. Siehst du das nicht? Über uns drüber? Über uns drüber. Ja. Aber da ist keiner. Ja, aber was ist das denn? Da stand doch gerade noch nicht da. Da war einer. Das meine ich damit. Stimmt. What? Das war ich, das war ich. Warte mal, das war Sturmy vorhin. Der ist da runter gesprungen ins Wasser. Der hat sich glaube ich damit weggebaut. Ah, okay, okay, okay. Ich habe nämlich gesehen, wie der ins Wasser gefallen ist. Ich glaube, der wollte mich verarschen oder so. Jetzt habe ich extra aufgehört Fleisch zu farmen. Ja. Zu mir leid, Alter. Alles wieder wegen dir, Zander. Weil du wieder falschen Alarm stimmst. Oh, Zander, das machst du immer. Okay. Pass auf, komm Zander, komm her. Ich gebe dir ganz viel los. Zander, komm her. Ich gebe dir ganz viel los. Wir haben leid, dass Zander immer sowas macht, ne? Komm her, du brichst ins Braten. Also, das geht ins Braten. Ja, Zander trollt heute nur noch rein, weißt du? Ist doch gut jetzt. Alter. Mit deinem Team, ey. Ist doch gut jetzt, Kevin. Komm her, komm her. Jetzt hat er das wieder ernst nehmen. Boah, hier will das... Pack nicht richtig auf. Brauchst du noch Essen? Brauchst du noch Essen selber? Ja, Mann. Ja, hier. Hier hast du noch gebratenes Hinti. Oh, Leute. Ich habe unsere Kisten gesprengt. Was? Hier, nimm den Lave-Eimer nicht. Achso, hab ich ja. Hab ich ja. Hab ich ja. Hab ich ja. Ne, wie meinst du das ernst, dass jemand unsere Kisten gesprengt hat? Nein, ich war das. Ja, hör auf. Man glaubt sowas. Ja, ich war das wirklich, Mann. Hier war ein Creeper. Ich war grad am Ofen. Oh nein. Oh nein, Simon. Sag mal die Sachen ein, tu sie wieder verstecken. Tu sie wieder verstecken. Oh mein Gott, ey. Stimmt. Mit Lave-Eimer geht das ja auch. Oh. Aber das mit Lave-Eimer habe ich so schwierige Mühnchen zu sammeln für dich. Wir müssen eigentlich mal die ganze Stuff in unser Ding entspringen. Bratwitter ist ganz gleich. Weil das ist wichtig. Ich hab echt so viel gesammelt. Ach, als ob du alles rausgenommen hast, du Fettsack. Hast du noch Kohle? Okay, Hühnchen kann man damit nicht anzünden. Was denn? Hast du noch Kohle? Nein. Paisen. Knochen habe ich aber ganz viel. Ich geh oben ganz kurz Kartoffeln machen damit. Mit einem Feuersack war es einfacher. Wenn man so dumm ist wie ich. Oh, ein kleines Babyzahn bin ich angelaufen. Hallo. Scharpen ist eins, Scharpen ist eins. Scharpen ist drei. Hier ist noch ein Scharpen ist drei Eisenschwert, ne? Können wir zusammencraften. Zwei Scharpen ist drei Eisenschwerte zusammencraften. Scharpen ist vier. Ja, Mann. Mach das. Alter Simon. Junge. Soll ich das dann benutzen? Nee, ich. Junge. Mir ist egal, wer möchte. Ich würde es sehr gerne benutzen. Ja, dann komm zum Spawn. Ich habe auch nicht genug Level dafür. Du müsstest eigentlich durch deine ganze Farmerei scheiße da. Ey, sprich Spark-Deutsch? Wir sagen, der Typ ist down. Dann denken die, der ist down. Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Das ist ein Vorteil. Ja, Felix. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Wir haben doch keine Scheiße. Ich mein's ernst, Mann. Ich mein's perfekt nochmal ernst. Ja, ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich komm zurück. Ich denk, du verarschst mich, Junge. Weil der so rumschreit, ne? Revi, hau ab. Hau ab da. Dann überlebst du das. Ich komm in die Base. Ich komm in die Base. Ey, warte. Wir sind aufgeteilt, Leute, ne? Ich komm auch in die Base. Ich bin tot. Nein, nein, nein. Revi, nein. Wo bist du denn? Im Wasser. Mann! Warum kommt ihr denn nicht? Wir kommen doch. Wir kommen doch. Ich komm auch. Drauf, 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 drauf. Die sind in der Base. Die sind bei mir. Die sind bei mir. Die sind im Wasser. Außen, außen, außen. Die laufen weg. Nein, ich hab'n Gold Apfel gegessen. Ich hab'n Gold Apfel gegessen. Nein, das ist dumm. Weil die Reißlikule ist ja auch vorbei. Ja, dann machen wir jetzt weiter einfach. Als ob wir jetzt aufhören, Simon. Weil das ist ein Kampf. Kampf-Situation. Achso. Kampf-Situation. Die laufen um die Burg rum. Ja, die sind bei mir. Die sind bei mir. Ich glaub' anders rum. Ich glaub' andersrum. Ich glaub' andersrum. Ich glaub' andersrum. Ich komm andersrum, bin gleich da. Oh mein Gott, warum bin ich andersrum? Swag hilft mich, weil er hat Goldäpfel. Komm doch mal mit mir, Casper, da soll ich down. Oh Gott, Leute, Mann. Ich komm von der anderen Seite. Ich hab noch ein Herz. Ich hab dein Schuh. Da ist Cascoff da. Ich bin Cascoff da. Ich bin Cascoff da in eure Richtung. Ich hab ihn dort. Ja. Nein, du hast ihn. Nice. Alter. Wuuuuh. Hä? Spard ist gestorben, aber wie stark gestorben? Hä? Ich hab die Lava gekämpft. Ich hab ihn getötet. Was? Ich hab ihn getötet. Du hast ihn getötet? Ja. Ich hab gegen Spard gekämpft und dann auf der Strecke laufen. Hab dann, äh, Cast, äh, hab dann Dead Sheep gekillt. Und dann, ha, dann... Simo kommt gar nicht klar. Dann, dann, ha, ha. Ja, danke, danke. Aber jetzt mal ohne Scheiß, wo war denn euer Q? Der war so nice versteckt. Wir haben eine Höhle gebaut. Das nächste Mal, wir behalten uns das. Haha, nein. Wir hatten eine Höhle neben unserer Burg. Ah, lol. Wir haben ihn einfach gar nicht in die Burg gesetzt, sondern einfach neben die Burg. Ja. Und alle sind immer in die Burg reingekommen. Ja, man hat auch gedacht, das wäre vielleicht auf der Plattform, ne? Ja, das... Kannst du ja erst ausschließen, wenn du drauf guckst, so. Ich hab ihn drauf geguckt. Ja, der Heiko dann danach. Ja, aber da war ein roter Wollblock. Aber, äh, Fake. Oh, Leute. Wir waren schon zwischendurch mal... Wir waren schon zwischendurch mal komplett raus, unser Team, ne? Habt ihr uns eigentlich mitbekommen? Ja, ja. Weil Kev hat nämlich eine Goldschaufe von uns gefunden, hat dann unseren Block noch irgendwo bei sich gesetzt und hat den Wollblock bei sich abgebaut. Dann waren wir raus. Ja, 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 eben. Voll Pfanne. Alter, ich dachte... Ich schrei so rum. Ich schrei einfach so mega rum. Alle so, ja, ja, eh nicht. Und ich so, die sind bei uns in der Base. Und alle so, nein, jetzt hör mal auf uns zu verarschen. Alter, aber war ein geiler Endkampf. Ich dachte, also, ich hätte nicht gegen Spark gewonnen, weil du hattest die Gold-Apfel drin und ich bin dann weggelaufen und dann bin ich zufällig gegen Dead Sheep noch geraten. Ja. Der war halt lau. Also, du hattest schon wenig Leben, ne? Ja, ich hab mich gerade in den Dickkrank reingehauen und dann wollte ich noch dazukommen, aber... Also, Leute. Rückwirkend, rückwirkend noch mal vielen, vielen Dank an Zander und die Leute, die das alles organisiert haben, an Kevin, die Leute, die das gecodet haben. Vielen, vielen Dank an alle Mitspieler. Sehr gut gespielt. Das war's von Minecraft Dice. Wenn ihr gerne mehr solche Projekte haben wollt, lasst gerne mal einen Daumen hoch da. Schaut bei Zander vorbei, bei Kevin, bei Simon, bei allen Teilnehmern. Alles in der Beschreibung verlinkt. Das war's. Macht's gut. Tschüss. Das Dion, w 이죠. Das war's. Das war's. Das war's. Habes Tschüss. Vielen Dank.